Satter Hugo? Wie sehr gebrochen bist du? Kam gerade frisch rein. Da haben wir was frisches. Ob ich bestimmt. Jetzt geht das Licht raus. Jetzt sterbe ich. Jetzt muss ich es irgendwann machen. Oh Leute, wir fahren das hier. Wir zocken mit dem Morgen aus. Ich bin tot. Viel Spaß mit dem Video. Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Oh, ist der lost. Ja, ich wollte verlieren, offensichtlich. Ey, was ist ein Random Clip? Ihr kennt sich nicht aus, aber... Er wusste es nicht. Er wusste es nicht. Ich musste 10 Games surrendern für Loyalität. Er hat den Clip mit reingenommen, weil er dachte, ich hab mich verklickt. Ich hab doch 10 Games surrendert. Was? Ach, was? Komm. Guck die Brüste. Guck mal, wenn ich die bewege. Ist das auch GTA? Seit wann gibt es so einen Modpack? Bei mir ist auch... Also bei mir ist noch ein... Du bist so ein... Ganz ehrlich, du hast kein Leben. Du hast kein Leben, Digga. Jawohl, das ist meiner Coach. Das ist meiner Coach. So ein Fein... Digga, mal eine Runde Fortnite mit zu sagen. Darf ich aber auch fühlen. Das war nicht mein Mates. Doch nicht. Was? Sniper auf 160. Sniper auf 160. Keiner noch mehr sieht es. Was will ich essen? Burger King. Gibt's hier einen. Holt was? Gibt's einen. Hier gibt's einen. Burger King. Jetzt neu. Zu deinem Knossi-Barbecue-Menü. Die originale Knossi. Jetzt. Bei Burger King. Burger King. Mach dein King. Amorant verdient damit Millionen. Liebes Burger King Team, so könnte Ihre Werbung aussehen, wenn es ein Placement gibt, auf das alle schon seit Jahren warten. Nämlich der König des Internets als Burger King. Wie alt bin ich? Keine Ahnung. 35. 35? Richtig. Krass, wohl wusstest du das. Wollte ich so, junge Leute können einen überhaupt nicht einschätzen. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich bin 47, der sagt okay. Ich könnte sagen, ich bin 19, der sagt okay. Für einen Elfjährigen ist jedes Alter einfach okay. Die können es überhaupt nicht zuordnen. Wahnsinn. Wahnsinn. Mann, sind die da schlecht drinne. Oh nein. Ich habe mich voll mit Schoko bekleckert. Ich habe gerade den Stream gestartet. Ich bin komplett voller Schoko. Ich habe den an die Kante vom... Aha. Oh. Das geht nicht. Das killt mich. Schoko im Setup. Ich bin voll mit Schoki. Wenn Tanzverbot nach langem mal wieder das Haus verlässt. Oh, ich muss hier durch. Ich bin viel zu dick. Ich hoffe, ich passe da durch. Oh, ich hoffe es. Okay, alles klar. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Oh, oh. Okay, ich bin ein netter Mensch. Ich mache Platz. Hat die mich gerade zweieinhalb Sekunden angeguckt? Die Menschen können sich auch in echt miteinander unterhalten. Die sind gar nicht auf Discord. I don't understand. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Bist du bereit? Ist eigentlich cool. Aber würde ich da jetzt lang gehen? Da sind so Tanzverboten. Da wünsche ich mir einen schönen Abend. Ich hätte auch ein bisschen... Weißt du? Das ist nicht... Das ist in Deutschland nicht normal. So in Italien oder so. Am Mittelmeer. Da sagt sich jeder Hallo und Tschüss. Aber wenn ich ihn nicht kennen würde und ich gehe in Hamburg einfach so lang oder sitze ich so Tanzverboten auf der Parkbank und wünsche mir einen schönen Abend, hätte ich Angst ein bisschen vor ihm. Oder? Weil es so ungewöhnlich ist. Das ist mir in allem... Das ist mir noch nie im Leben passiert. Beim Spazierengehen grüßt man sich. Auf dem Dorf normal? Auf dem Dorf ist das normal? Oh. Das ist cool. Behaltet das bei. Das ist gut. Oh, apropos Grüßen. Wir hatten ja auch einen Podcast besprochen. Wie lange sagt man frohes Neues? Ich habe vorgestern das erste Mal meinen Cutter in diesem Jahr in Real Life gesehen. Wir haben gefühlt jeden Tag Kontakt über WhatsApp und Sprachnachrichten. Aber wir haben uns noch nicht in echt gesehen. Wir haben uns vorgestern in echt gesehen. Wir haben mir dann quasi am 1. Februar frohes Neues gewünscht im Februar. Ist das so ein... Im Februar noch? Frohes Neues? Wie sagt ihr? Kündigung. Neuer Cutter suchen. Okay. Ja. Das ist... Ja. Vielleicht erfährt er es jetzt über diesen Weg. Das hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Bis zum 7.1. Ja, ich würde sagen die erste Woche noch so. Oh, und gerade heute habe ich zum ersten Mal meinen Nachbar getroffen in diesem Jahr. Und er hat mir auch frohes Neues gewünscht. Das war heute. Am 2.2. war das. Heute ist der... Heute ist das mal krass. Heute ist der 2.2. 2.2022. Ich musste eine Unterschrift setzen mit Ort und Datum. Und ich habe mich... Ich habe so das Datum geschrieben. Und dann dachte ich, das ist verarscht. Das kann doch nicht sein. Erstmal gesagt, ob das richtig ist. Das sah aus wie Scheiße. Schreibt es mal wirklich auf. Schreibt es mal. 0202.2022. Und es war gerade 22.22 Uhr? Ja, das ist doch verarsche. Stimmt. Vor drei Minuten war es 22.22 Uhr. Das hätten wir heftiger feiern müssen. Hä? Der 22.2.2022 ist umgekehrt genauso. Der 22.2.2022. Wahnsinn! Das ist nicht ein Datum alle 1000. Das ist ein einmaliges Ding. Mit umgedreht auch noch. Der 22.2.2022 ist umgekehrt das gleiche. Es gibt kein Datum, was so OP ist. Weil das geht auch bei 3000 nicht. Es gibt ja nicht die 33.3. Das ist Once in a Lifetime. Das ist das heftigste Datum, was wir je gelebt haben. In 20 Tagen. Digga, da muss man eigentlich was krasses machen. Das ist ein Tag, den vergisst du nicht. Alter, die Leute, die da geboren werden. Stell dir vor, du kriegst da ein Kind an dem Tag. Wir machen weiter mit dem Video. Fett. Das ist ein Turbo-Tag. Da wird so oft geheiratet. Oh, stimmt. Da werden die ganzen Kathedralen und Kapelle und so. Alles niedergerannt einfach. Die wollen da alle so doll heiraten. Oh Gott. Das kenn ich, das Ding. Von deinem Tag. Ich bin Leonardo DiCaprio. Oh, wie? I'm under the water. Verdammte Kacke mit deinen Romantik. Sch***. Holy shit, wie geil. Der ist aber auch Kacke in dem Spiel. Sascha. Der ist beschissener in den Games als ich. Der ist schlechter an Minecraft, Fall Guys, Fortnite, Clash Royale, Valorant. Ich bin lost im Gaming. Aber was Sascha macht, ist ja krass. Drei Prozent, drei Prozent. Bitte bring mich hoch. Bring mich hoch. Bring mich hoch. Bring mich hoch. Lass mich fliegen. Lass mich fliegen. Langsam wird es eng. Langsam wird es eng. Hey, Jungs, das ist meine letzte Runde gewesen. Du hast Glückwunsch. Oh, es bricht ein. Wieder drei Runden weg, ne? Oh, nee. Direkt kaputt, Mann. Hey, nee, Mann. Also, Chat, nochmal, ja? Großes P, großes S, große 5. Große 5, gibt's doch gar nicht. Habe ich jetzt aber auch erst mal so hingenommen. Klingt irgendwie normal. Klar, ne große 5. Wird das mit groß 5 oder klein 5 geschrieben? Klingt im Sprachgebrauch normal. Glaubst du, gepackt? Hab den. Super. Habe ich mal angefinisht. Angefinisht? Ja, also. Jeder weiß, was gemeint ist. Komischer Begriff. Ja, stimmt. Glaube ich auch nicht der offizielle. Oh, der riecht so schön neu. Mmh. Oh. Gefällt euch das? Ich glaube, das ist einfach nur, weißt du, verarsche, glaube ich. Wir legen doch keine Handynummer bei. Ich würde eigentlich auch eher gerne mal Pakete annehmen. Du könntest mir richtig tolle Sachen schenken. Und coole, selbstgebastelte Sachen und so. Aber da kann halt auch alles drin sein. Die musst du vorher checken lassen. Ja, stimmt. Riecht nix. Riecht nix. Den liebe ich. Nein, du trinkst jetzt nicht. Tornado machen jetzt. Nein. Komm. Geh weg. Nein, das trinkst jetzt nicht. Der kotzt doch nachher. Entzündet die Tornado. Die Tornado. Die Tornado. Oh. Ja, du bist nicht ganz sauber. Oh, das klingt. Oh. Das ist Deo-Scheiße. Bluuuuh. Ach, wenn ich dich meine. Oh, man. Sweetheart. What is that? You drive fast? Oh, my God. Yeah. Where are you from? I'm from Germany, bro. Ey, Junge. Nice. Das hasse ich so sehr. Das hasse ich so. Das hasse ich so sehr. Oh, Gott. Oh, Gott. Selten ist es passiert, dass sie sich mit einem Deutschen auf Englisch unterhalten. Das ist richtig unangenehm. Irgendwie so ist eine Twitch-Produktion irgendwie. Da ist irgendwie eine große Twitch-Produktion, wo das ganze Team aus London da ist und international. Und alle reden Englisch, damit sich alle verstehen können. Dann ist kurz Pause. Dann rede ich mit einem Typen von Twitch die ganze Zeit irgendwie alleine von der Produktion oder Kameramann oder so. Und dann reden wir die ganze Zeit noch Englisch, bis wir checken, dass wir beide Deutsch sind. Das ist so scheiße. Ey, wenn man so eine Veranstaltung geht, sollte man nicht nur so ein Namensschild haben, wie man heißt, sondern auch da drunter noch, welche Sprache man spricht. Weil das ist sonst komisch. Oft hört man es am Akzent, aber manchmal halt nicht. Manchmal halt nicht. Wenn man das nicht raus hört, Digga. Schieß nicht auf mein Pferd. Äh, ich weiß auch nicht, wieso ich nicht... Hättest du mal geschrieben, Mann. Das ist doch scheiße von dir. Ey. Na. Ich hab doch übel geschrieben, hör auf den Pferd zu erschießen. So, ab hier geht's zu Fuß weiter. Hat eh keine Ausdauer mehr. Der Fortnite-Sound, wenn jemand stirbt, ist witzig. Der ist irgendwie immer witzig, oder? Selbst wenn jemand hinfällt oder umknickt oder wo runterfällt oder irgendwas passiert, dieses Fortnite-Bimmeln ist einfach so ein geiler Sound, wenn etwas schiefläuft. Wieso kennt denn das keiner? Ist das nicht ganz normaler Stein? Wie ein Rubin und ein Smaragd und so ein Scheiß? Das geht doch voll mit in die Schiene rein. Auch ohne Minecraft-Wissen. Ich hab Minecraft erst mit 25 das erste Mal gespielt. Das wissen nicht nur Minecraft-Spieler am Arsch. Das ist doch ganz normal. Oder? Welche Steine kennt man? So Standardsteine, Edelsteine. Rubin, Saphir. Smaragd, Lapislazuli. Noch was? Wir gehen jetzt nicht so auf Diamant und sowas. Wir gehen da, aber erst mal. Ein Amethyst? Opal? Jade? Da wird's schon... Okay, es gibt ganz schön krasse viele Steine. Einfach Pokémon-Teile aufgezählt? Nee. Quarz. Ein Tapas? Naja, auf jeden Fall fällt Lapislazuli da ganz doll drunter. Hundertprozentig, auch wenn man nicht Minecraft gespielt hat. Weiter geht's. Oh, Sprechen, Digga. Was ist denn das für eine Scheiße? Lapislazuli. Das ist ja nur ein Zungensprecher. Äh, Brecher. Verbrecher. Lapislazuli. Ähm, Erfolg in meinem Kanal seid ihr 5 und 3 in 2000. Damn, boah! Was macht meine Leiche da? Seht ihr das? Komischer Bug. Bewegt sich meine Leiche bei euch? Ich hab noch deinen ganzen Druck. Ich könnte schwören, meine Leiche f*** den Boden. Du singt auf P4, aber noch auf Sound. Höh? Höh? Wie schiebt's denn bei Harmoly, bitte? Höh? Ich weiß, was war das? Jetzt fiegt man da auch ein Disconnect, oder? Weiß du, 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 weiß du. Wir haben eine Zeitstrafe. Was? 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 Ey, mal ein Monat nicht mehr Formel 1, Digga. Ist Formel 1 geil zu zocken, auch ohne Lenkrad, also auf, auf Skill zu zocken, auf Bestzeit, auf, auf Ranks? Ich stelle mir das so scheiße vor, aber die haben alle so böse, krank, viele Zuschauer. Ich finde das so low. Krass, wie er das alle feiert. Korpion, Prostitution, Rühlmaus-Nase. Gut. Entweder mag man es, oder man hasst es. Gibt nichts dazwischen. Das war auch ein sehr tolles Video. Korpion. 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 Vielen Dank.